Komisch, naja. Ist Internet noch da? Ja, Internet ist noch da. I don't know what it is. Aber das Spiel ist jetzt auf jeden Fall wieder zurück in den... Nein, ich möchte nicht Grafik, ich möchte Anzeige bitte. Ich möchte bitte im Vollbild spielen, wie eben auch. Dankeschön. Hm, naja gut. Machen wir weiter. Alle Einheiten. Verdeckte ihn auf der Flucht. Schnapp ich mehr. Ich muss sagen... Das ist mit Abstand die Schmerzen. Das ist mit Abstand die Schmerzen. Eine Raufleistungspatrouille ist auf dem Weg zu seinem Stadion. Widerartiger bis jetzt halt. Ah ja, auch das Ende. Weißt du, dass man einen Flugflug bekommt? Ja, ins Wasser, ne? Super, danke. Die Gäste hat aber, ich bin den Flugflug in die Schmerzen. Und da kommt gleich wieder. Das ist die Flucht, ich bin von der Flucht, ich bin der Flucht. Das war's für heute. Da fängt sie voller! Noch keine Spur von Verdächtigen hier. Haben Verdächtigen verloren. Verlässt haben ihn verloren. Das war's für heute. Sehr gut. Läuft heute. Heute ist gut. Wir kommen voran. Ich bin zufrieden. Jetzt haben wir noch vier Fixer-Aufträge. Und vier Gang-Verstecke. Und natürlich ein Konvoi. Okay. Ähm... Der nächste Fixer-Auftrag. Also heute ist nicht mein Ich-Fahr-Super-Super-Toll-Tag. Er. Und er meint, ich fahre alles kurz zum Kleintag. Ich weiß nicht, ich stelle es immer, wenn die Polizei so blinkt, das ist immer kein gutes Zeichen. Okay. Ich bin schon mal. Okay. 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 Das war das ja keiner von Ihnen sein. Wow. Das war das. 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 Das. Das war das. 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 Das war das. 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 . Das. . Das. Das. . Das. Das. . . Das. 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 Jetzt machen wir mal was ist, das Gang Versteck. Damit unsere Polizei rufen wieder ein bisschen besser wird. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das Spiel, das hat echt einen coolen Charme. Es macht mir persönlich sehr viel Spaß. Ich würde schon beeindrucken, das ist echt eine Empfehlung wert. Also, jeden, der mal so ein Spiel spielen möchte, würde ich das schon sagen, dass das auf jeden Fall nicht schlecht ist. Es ist jetzt auch nicht das... Es ist jetzt nicht auf einer Ebene wie Star Wars Jedi Fallen Order oder Oriental Night Forest, aber... ...sagt Bloom, dass dank des CTOS immerhin alle Familien etwas gespart haben. Also ich finde, man kann es gut spielen, sagen wir es mal. Es ist auf die Bugs, es ist eigentlich auch relativ problemlos spielbar, ne? Oh, sorry. So, und da ist das Gang Versteck, das nächste. Dann fehlen nur noch... Echt jetzt? Du willst mich so verarschen? Ja, wir müssen doch wieder ein paar Verbrechen aufklären für unseren... ...ehr. Das Grad war nicht gut, ehr. Ich habe zu hart gearbeitet, um mein Buch so doof zu verlieren, indem ich von einem parkenden Auto... ...so geleitet werde, dass mein Buch leidet. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das war gar nicht mal so knapp. Das war gar nicht mal so knapp. Es ist nicht gut. Vielen Dank.